Was ist denn nicht so? Hallo Schatz. Wie war die Eröffnung? Da ist deine Post von gestern. Im Büro habe ich dich nicht erreicht. Und hast du ein paar Bildchen verkauft? Ich habe Hermanns Marktwert verdoppelt. 9,5 das Bildchen. Kann er sich kein Künstlernamen zulegen? Ist doch besser für den Verkauf! Hermann ist sein Künstlername. Mein Vater hat immer sehr, sehr kleine Autos, sehr günstige Autos. Er war ein sehr günstiger Mann. Wir hatten alle Sachen, die zurück nach Höckrenshausen gebracht haben. Ich war etwa sechs Jahre alt. Wir packten die ganze Autos voll von Sachen. Wir packten, packten, packten. Wir packten die ganze Autos voll, dass es nicht mehr Platz für uns war. Wir packten das nicht mehr. Geht? Ulan war Schroler, Jack ne yapıyor lan burada? Bu çanta ne? Mike nerede? Hem çantayı getirecekti buraya. Hey Coco. Das ist mein Baby. Coco. Hey. Look. Das ist mein Baby. Das ist mein Baby. Das ist mein Baby. Bis zum nächsten Mal.